Lieben, obwohl ich mir geschworen habe, das dämliche Spiel nie wieder anzufassen, bin ich mal wieder bei einer Runde Trackmania, hab den Hose dabei und diesmal auch die Mimi, die behauptet hat, ich kann das überhaupt nicht und die macht das voll gut. Hallo ihr Bieden, ihr Lieben, ihr beiden. Hallo. Ihr beiden Lieben. Ihr beiden Lieben. Kombiniert ergibt das ihr Bieden. Ihr Bieden, genau. Ja, Mimi, jetzt erklär dich mal, ich kann das nicht. Ich hab das noch nie gespielt. Mimi rockt uns alle weg. Guck gleich in Uplay nach, bestimmt elf Stunden oder was. Oh, gar? Ich hab vergessen Gas zu drücken, ey, geil. Oh, geil, das ist eine Looping-Map. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott, ich glaub ich kotze in mein Mikro. Oh mein Gott. Gesicht, also wieso. Ich seh mir irgendwie vor mir, wie die halt abgeht. Ich seh euch nicht. Ach du Scheiße, ich spiel hier alle Ping-Wong. Oh Gott, ich viel fahr, ich weiß gar nicht, wo ich genau entlang fahr. Ich weiß nicht, ob das gut war. Okay. Alter, ich check hier gar nichts. Muss man hier wirklich lenken oder? 24. Unfair ist einfach nur. Unfair ist einfach nur. Ist das gut? Weiß ich nur nicht, ich hab's gerade nur mit dem Deutsch geschafft. Alter, ich kau dich gleich weg, Alter, ich hab 35. Was? Ich hab 24. Posig, ich hab 25. Also das muss drin sein. Was? Aber ich kann das nicht, wenn mein Gesicht im Auto ist. Wenn mein Gesicht im Auto ist. Das ist undynamisch. Das ist nicht mal realitär. Oh Gott, außer vibriert mein Controller, wenn ihr über so Gitter schreibt. 22. 24. Was ist? Wahoo! Das ist voll die geile Map, man. Ey, wenn ich nicht mit Mini spiele, weil ich mehr so ein Fass war. Längst du, Bibi, oder fährst du wirklich einfach nur? Nee, ich fahr gut. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Tastatur, die ist einfach genauer. Naja, das könnte sein, die da Kontrollers. Das kann auch sein, eben, vielleicht bin ich's gar nicht. So, ab nächstes Mal spiele ich mir Tastatur. Probierst du das gleich mal aus. 23. Es wird, es wird, es wird... Hose? Alter, ich komm nicht mal mehr durchs Ziel jetzt. Hose, was ist da los? Durchs Ziel nicht? Wie, das nicht? 25 hab ich jetzt. Siehste, wird doch... Weil die Map kacke ist. Gesicht Auto. Gesicht Auto geht nicht. Gesicht Auto. Wenn Gesicht in Auto hast du Probleme normalerweise. Hier sollst du fahren, Looping. Aber ich könnte den Panda-Bär, müsste doch voll... Looping. Der Panda-Bär, der da am Anfang ist, der passt doch voll zu dir. Der lädt sich so ein. Komm, fahr rein. Komm zu mir. Den hab ich nicht mal gesehen. Oh, 23. Was siehste? Wo seid ihr gerade? Wie viel hast du denn genau? 23,28. 23,36. 22,41. Ach Mimi, du bist raus. Du darfst nicht mehr, sorry. Okay. Pass mal auf, in ihrer Folge gleich sagt die dann so, äh... Ja, willkommen, ich hab so zwei Kackenhoops mal mit dabei. Ich zeig denen jetzt mal, wie man spielt. Ich zeig denen jetzt mal, wie man's eigentlich genau macht. Ich find die Bahn extrem öde. Extrem. Also auf den ersten Blick macht die mega viel Spaß, aber irgendwie fehlt einem die Variation und die ist ein bisschen kurz. Ja, also ich find halt irgendwie, du fährst die einmal okay und dann fährst du sie noch zwei Mal und dann denkst du dir auch so, jo. Der Lupe. Ja, 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 ja. Aber ich will noch besser werden. Wenn du glaubst, dass deine Zeit nicht mehr besser wird, dann kannst du ja einfach außerhalb der Map rumfahren. Ja. Sag mal ich das gleich. Einmal auf. Du hast ja auch bei der einen Rage-Map da gemacht. Ja. Gleich mal einmal in den Strand fahren. Ja, irgendwie. Ich glaube, man muss am Ende über Bande fahren. Ich bin mir nicht sicher. Aber man muss sich, glaube ich, so abprallen lassen, dass man doch im Ziel landet. Vor mir ist 420 Blazed MLG. Jetzt. Aber jetzt sieht meine Zeit einfach nicht besser hin. Vor mir ist überhaupt niemand. 22,9,3. Ja, es wird. Bisschen besser ging jetzt noch. Was habe ich jetzt? 22,9,5. Ah, Hose. Hör auf, sie aufzuholen. Ich muss doch irgendwas machen. Nee. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich nicht mal die Letzte für uns dreien bin. Wie viel hattest du? 22,9,5. Okay. Und sie? 22,6,1. Okay. 22,4,1. Nee. Nimm ihn nicht. Wir sind alle relativ ähnlich jetzt von der Schnelligkeit her. Ja, ähnlich schlecht oder ähnlich gut. I'm not sure. 22,5,1. Mann, Hose! So langsam verstehe ich, wie ich die Kurven nehmen muss. Nämlich so, wie sie kommen. Nämlich so, wie sie kommen. Ha! Nein, doch nicht. Das höre ich einfach nicht gern. Das höre ich nicht gern. Aber das verdammt höre ich gern. Ah, wieder nicht besser. Okay. Letzte Runde. Letzte Runde. Wuhu. Ja. Oh, kacke. Zu sehr getryhardet dieses Mal. Wenn man zu sehr tryhardet, dann bleibt man einfach irgendwo hängen. Äh, wisst nix. Hast du gedacht? Jetzt haust du nochmal dicke einen raus. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Alter, also, ne? Ne. Ich will, also normalerweise schlägt mir sowas nicht auf den Markt, weil ich im Computer-Spieler war. 22,6,1. Besser geht nisch bei mir. Äh, jetzt guck ich die Map nochmal an so lang. Ich hab auch noch. 22,6,9. Oh, also ich hab ja 5,1 schon gehabt. Oh, kacke. Nur noch ein paar Sekunden. Ja. Jetzt haben wir 22,4,1, 5,1 und 6,1. Ja, guckt euch das mal an hier. Ja, mach los! Alles ganz geil. Und keiner letzter. Also es gab noch einen schlechteren als mich. Sehr schön. Wir sind das Dream Team von hinten oder so. Äh, ja. Ja, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ja, irgendwie haben wir das heute mal. Ja, definitiv. So, pass auf, jetzt rocke ich. Jetzt rocke ich. Jetzt ging es um die kleinen Würstchen. Jetzt geht es hier um, naja. Würstchen? Würstchen? Hunger? Was? Würstchen? Würstchen? Würmchen. Meins, 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 meins. Da musste ich ja auch gerade drauf denken. Würstchen, Würstchen, sorry. Weil das klang irgendwie so, weil wir alle nur noch Würstchen gesagt haben. Ja, genau. Würstchen, 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 Würstchen. Ah, sehr schön. So, come on, jetzt rocke ich die Strecke. Vielleicht ist der Ladebildschirm nochmal die richtige Zeit zu sagen. Die erste Runde hat die Hose gefahren auf seinem Kanal. Jetzt fahre ich die zweite Runde. Und die dritte könnt ihr bei der lieben Mimi sehen, die man noch behauptet. Sie kann es nicht, obwohl sie voll gut ist. Ja. No. Ja, stimmt. Weil wenigstens sehen wir in ihrem Video dann genau, was sie tut. Ja. Wow. Bin ich voll aus der Bahn raus. Das ist in meinem Video. Oh nein. Die Hose ist vor mir. Ich bin, Mimi ist an mir vorbeigezogen, weil ich von der mir runtergefahren bin. Ja, ist so nicht doof. Das ist so eine Driftbar und ich kann doch nicht driften. So eine verdammte Kacke. Ich will gar nicht driften. 39 Sekunden, ach du Scheiße. Ich habe 27. Ich will doch nicht mal durchs Ziel. Mimi, kannst du bitte einfach auf deine echte Zeit so 20 Sekunden aufrechnen, wenn du sie sagst. Ich habe 47. Ja, ihr Lieben, in Zukunft wird es nur noch Worms-Aufnahmen mit der Mimi geben. Es gibt leider keine Aufnahmen mehr für Shrek Mania mit Mimi. Ja, du bist gleich zu gut. Du bist zu gut. Wir haben gesagt, es dürfen so Nubs mitspielen. Ja. Aber so gut bin ich doch auch wieder nicht. Mimi, sorry. Ist nicht. Ja, nee. Also ein bisschen besser als schlecht ist schon zu gut. Ich konnte nicht mal durchs Ziel, weil ich hier so... Ja, man dotzt hier so dumm, ne? Dämlich rum, Irmels. Na also. So eine Scheiße. 26. Oh, come on. Du hältst uns aber die ganze Zeit unter die Nase, oder? Ernsthaft? Ja, was macht Spaß? Also, ich bin jetzt das erste Mal gerade durchs Ziel mit einer Minute neun. Was? Ja, weil ich bin... Warst du zu schnell noch beim Kiosk oder so? Nee, ich habe immer wieder auf Zigaretten gedrückt, weil ich wissen wollte, wo ich bin. Ich wollte Zigaretten holen, ja. Vielleicht fahr ich falsch. Vielleicht fahrt ihr alle woanders entlang. Wahnsinnig. Was? Stimmt denn bei euch nicht? Dacht doch, so schwer ist das gar nicht. Ich hatte heute sehr viel Zwiebeln, vielleicht liegt es daran. Oh, Nitro. Oh, ich bin Nebensziel gefahren, sonst wäre ich diesmal gar nicht so schlecht gewesen. Das ist mir beim ersten Mal auch passiert, wo ich dachte... What? Habe ich nicht gesagt, dass ich das Spiel eigentlich nie wieder spielen will? Warum spiele ich es gerade eigentlich zur Hölle wieder? Wir sind eigentlich alle Masochisten. Wir sind der Club anonymer Arsch. Genau. Scheiß die Wand an, das gibt es doch gar nicht. Mimi hat mich gerade krass überholt, das ist nicht witzig. Oh, oh, oh! Ja, es wird schon wieder nichts. Es wird schon wieder keine gute Zeit hier. Ich bin nämlich alle überholen. Du kannst einen Boost einsetzen und sowas. Was für ein Boost? Ja, du kriegst, wenn du genug Driftest, kriegst du wohl einen Boost. Ich weiß noch nicht, wie man ihn einsetzt. Hey, Driften! Da fängt es erst... Die haben in meinem Kommentar geschrieben, kurz A antippen und wieder weggehen. Das funktioniert nicht. Was, wieso A antippen? Für Bremse. Lässt das Gas... A ist Bremse? Ja. Bei mir nicht. Doch. Wo bremst du denn? Also, ich weiß nicht mal, wie man... Okay, 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 okay. Und wie, 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 setze ich den Turbo ein jetzt? Weiß ich nicht. Ach, Hose! Du willst mir nur nicht helfen! Ich weiß es wirklich nicht! Okay, 25 Sekunden. Wo seid ihr? 24, ne? Äh, 26, 32. Was? Was? Wuhu! Entschuldigung. Äh, wir spielen nie wieder mit Mimi. Äh, eben! Jetzt habe ich es einmal geschafft jetzt! Seid ruhig! Ich habe doch keine Ahnung, wie man hier irgendwas macht. Ah, kurz antippen? Ich bin jetzt gegen die Wand gefahren, weil ich es ausprobieren wollte. Ja, dann sag mir, wie du driftest! Ich google gleich, wie man driftet! Ich lasse den linken Trigger los, drücke den rechten ganz, ganz kurz und dann drücke ich wieder den linken. Hm. Okay, links, rechts, links. Wum, wum, wum! Fuck! Aber... Du musst auch ausmachen, wenn es gut soll. Oh, jetzt habe ich es aus dem Bock. Aber X ist auch Gas geben! What? Äh, A. X... Ach, vielleicht sind das dann die alternativen Steuerer. Ja, ja, ja. Ich spiele halt mit den... Oh, shit! Ich spiele halt mit den Triggern. Okay, dann versuch ich mit den Triggern jetzt. Das klappt halt nicht. Die Hose lügt. Ah, ist gar nicht! Außerdem musst du auf der Strecke nicht mal driften. Gefühlt schon, weil ich sonst auf dem Rand lande, dann werde ich langsam! Alter, ich bin ja der Letzter. Vor mir ist nur Mimi. Ah! Was? Wir sind die letzten beiden auf der Rangliste. Achso, letzte... Aber ich bin wohl gut! Ja, bist du auch. Bist vor mir auf der Rangliste. Das hier ist Cybermobbing! Stell dir das Spiel mal mit einer Virtual Reality-Brille-Kunge. Das wäre auch voll geil. Das wäre mega witzig, ja. Ich habe gerade ein Looping-Infizier. Ach, kacke. Das war nichts. Ja, das war nichts. Egal, egal! 25,6 bin ich als... Bin ich eins, oder? Du bist... Ja, du hast gewonnen. Also war ich einmal dritte von drei Nein, mit einmal erstes von drei. Das ist völlig fein für mich. Völlig fein. Hose, ich bin über dir sehr gut. So! Eine noch! Ja! Oh, oh, oh! Wie geht das jetzt mit dem Driften? Weiß ich auch noch nicht. I do not know it. Ja, ich lasse Gas los, drücke kurz Bremse und dann währenddem ich in die Richtung lenke, in die ich will, dann lasse ich das wieder los und drücke wieder Gas. Zu viele Finger habe ich mich. Und lenke halt gegen. Das sind so zwei. So viele Finger habe ich mich! Exactly! Das ist was mit den Pfeiltasten! Du hast zehn Finger! Aber ich will nur eine Hand benutzen. Ich will nicht wissen, wieso. Ich frage mich aber auch gerade, wie du zwei Hände auf diesen vier Pfeiltasten platzieren willst. Die unterste nimmst du einfach mit der anderen Hand. What? Oh, jetzt habe ich voll voll gerade losgefahren. What? Okay, okay, okay. Drift hier! Ich glaube, ich habe sie gekriegt. Ich glaube, hier muss man auch nur lenken. Oh nein, die haben wir. Oh nein, Tinka, erinnerst du dich? Nee! Die haben wir schon mal gespielt. Kommt da jetzt ein Jump? Ja. Ein ekliger? Ja. Oh, ich bin voll, ich kann nicht in die Wand geknallt. Oh nein, ja, die haben wir schon mal. Oh mein Gott. Ich glaube, die haben wir schon mal gespielt. Mit dem Azzy U-Turn am Ende. Nee! I remember. I think I remember. Aber so schlimm ist die doch. Mimi! Kannst du bitte einfach auch sagen, sie ist scheiße. Ich habe 42 gefahren hier beim ersten Mal. Ja, siehst du, ich habe 44 gefahren. Ah, halt Maul. Ich bin doch gar nicht durchs Ziel, also halt beide das Maulen. Minecraft! Meinst Minecraft? Jetzt schon. Man tendiert dazu, irgendwann so sauer zu sein auf das Spiel, dass man einfach sofort, wenn man irgendwie falsch wird, sofort neu... Sofort! Nochmal neu! Ja, 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 ja! Nochmal neu! Nochmal neu! Okay, wie viel handelt ihr? 45,19. 40,45. Ich beschwemme mich nie wieder. Dann passt das doch. Bin ich aber gerade zu ruhig. Ich glaube, ich habe das mit dem Driften gerade rausgekriegt. Also für mich funktioniert es gerade jetzt, ernsthaft mal. Ja, siehst du, ich habe es dir auch erklärt. Alter, ich kann Driften! Scheiße! Oh, bis auf den allerleer... Oh Mann, das wäre so eine gute Zeit gewesen. Oh shit, shit, shit. Das war, das war dumm. Twitch, Mimis vor mir! Was, du bist vor mir, Tinker! Das ist ja wohl ein Witz jetzt. Ja, Mimis überholt! Ja, hab sie. Mimis parkt eigentlich nur die Hälfte der Zeit, weil wir so oft gesagt haben, weil wir gesagt haben, wir spielen nicht noch nicht mehr. Okay, 40,41. Das ist ein Witz, Alter, ein Witz. Jetzt Drift nicht hingekriegt. Wenn der Drift abreißt in dieser Donutkurve, kannst du es eigentlich vergessen. Dann kannst du es knicken, ja. Ja, scheiße, jetzt habe ich den Drift auch verkackt. Ja, du musst ja noch üben, für dich ist es okay. Ja, hallo, ich habe gerade das erste Mal im Spiel für mich überhaupt entdeckt jetzt. Oh, kacke, Mann, das gibt es doch wohl nicht. Ich glaube, wenn du dir das Spiel eine ganze Nacht reinziehst oder so, weißt du? Machst du durchspielst, dann bist du plötzlich so... Ich kann das! Ich weiß genau, was hier machen muss. Muscle memory! Ja, fuck it. Ich muss aber auch nichts. Das gibt es doch gar nicht, Alter. Ich fahr mal in die selbe beschissene Ecke. Come on, let's do it. Oh, Ticker ist vor mir. Naja, also Ideallinie ist was anderes. Halt die Klappe! Hast du auch gemerkt gerade? Ja! Aber du bist dem nicht immer vorbeigezogen. Ich habe die Ideallinie verkackt, weil ich mich darauf konzentriert habe, dich zu überholen. Ticker springt vor mir. Werde ich sie noch überholen? Nein! Werde ich meinen Drift verkacken oder sie? Ich! Beide! Wir haben den identisch verkackt. Echt jetzt? Wird euch alles nah waren? Ich will nochmal durchs Ziel kommen jetzt. Da habe ich mich so gefreut, dass ich das Drift endlich checke und dann... Du drifts aber auch gar nicht so schlecht. Ja, aber es war nur noch nicht. Ich habe es jedenfalls nicht geschafft, dich zu überholen. Naja, ich habe gemerkt. So, komm, 1,30 noch. Komm nochmal, Höschen. Los, los, los. I can do that. I can do that. We can do that. We will make it. Oh, das war ein schöner Drift. Hatte jemand gesehen? Hatte jemand gesehen? Könnte ich bitte in den Kommentaren einen Anker für den Drift loben kriegen? Für diesen Drift? Alter, wie du mich gerade überholt hast, während du gedriftet hast. Das war ein bombastisch guter Drift. Wenn ich jetzt die anderen nichts versaue, dann habe ich eine gute Chance, hier eine Bestzeit zu fahren. Und dann, nein. Scheiße. Einen Versuch habe ich noch. Fuck it. Hose. Ja. Das ist nicht überholt. Aber ich überhole dich jetzt nochmal. Ich war trotzdem schlechter. Alter, ich bin 16 Millisekunden oder so langsamer gewesen. Ja, krass. Letzte Chance hier. Ich versuche es nochmal mit Minecraft zusammen. Schönen Gruß, Minecraft. Nein, ich schaffe es nicht. Ich hatte nur 37 Sekunden, dann müsste ich eine Monster-Bestzeit fahren. Aber ich könnte nochmal einen Drift testen. Probieren. Nein, 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 nein. Alter, den ersten Drift habe ich so gut gemacht. Und danach, der reißt immer irgendwie ab zwischendrin und ich weiß nicht genau wieso. Ich glaube, die Drifts hier waren jetzt auch nicht schlecht. Ich würde gerne in den Kommentaren wissen, ob die wirklich, ob ich mir das einbildet und die wirklich ganz gut waren. Also, mit dem du mich überholt hast, der war sehr gut. Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Jetzt kommt Mimi in die Phase, in die wir am Anfang schon die ganze Zeit am, am, am gesteckt haben. Fünf Sekunden, noch fünf Sekunden, noch vier Sekunden, noch vier Sekunden, noch neuer Bestzeit. Komm schon, 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 komm schon. Aber wir sind wieder alle drei zusammen am Ende. Guckt ihr das an! Und ihr wollt nicht mehr mit mir aufnehmen. Oh nein. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuckucken. Nächste Folge jetzt gleich bei der Mimi. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao. Warte, direkt aufnehmen? Tschüssi.